Hi Leute! Wir dachten, wir fliegen aber mal nach Singapur und hier sind wir. Singapur! Das ist so unglaublich heiß hier. Wir schwitzen non-stop. Warum haben wir eigentlich so Hemde an hier? Sieht cool aus hier. Sieht cool aus, Swag. In diesem Video zeigen wir euch ein paar Behind-the-Scenes-Sachen zu unserem letzten Video. The Messenger. Und diesen Film, falls ihr ihn noch gar nicht... The Messenger Game. The Messenger Game. Falls ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, der Link ist in der Description. Falls ihr ihn aber nicht sehen wollt, dann ist es egal. Ja, ist sowieso nicht so. Den Film The Messenger Game haben wir im Rahmen des 99 Firefilms Award gemacht. Und wir haben dazu natürlich auch eine 99 Sekunden Version dazu. Link dazu auch wieder in der Videodescription. Down below. Wir hatten das Glück in einer ziemlich coolen Location zu drehen. Das ist das Senior Tapas in Eschweiler. Das Essen ist dort nicht vergiftet. Schaut mal vorbei. Ist super dort. Checkt es ab. Viele Schlägereien dort. Einwurs für jeden Juba-Fan. Okay, checkt folgendes ab. Wir haben jetzt ein paar Blupas und noch nicht gezeigte Szenen für euch. Viel Spaß! Mojö! Ja, das ist jetzt der. Ja! Mojö! Es schmeckt ihm nicht. Es schmeckt Scheuß nicht? Oh, ich bin ein Stoffer. Hahaha! Ey, das ist doch der von Juba-Film. Cut! Ja, so. Guck mal. Ich hab noch mehr. Warte, okay, du musst auf jeden Fall. Oh! Oh, shit! Brawler number two. Brawler number one is on the floor. Oh, shit! Brawler number one is on the floor. Au! 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 Okay, cut! Wenn ihr wissen wollt, was so alles in Singapur abgeht, denn wir sind viel unterwegs, sind... Wir sind jeden Tag unterwegs. Wir sind echt jeden Tag und jede Nacht unterwegs. Also... Sleep is for the week. Und deswegen check einfach unser Instagram ab. Julienbamgongbao. Link dazu auch in der Description. Gongbao, Julienbam. Yeah. Und... Hashtag... Wir haben gedacht, wir haben so eine freshe Community, die uns trotzdem noch supportet. Auch wenn wir ein Jahr lang brauchen für einen Film. Darum haben Bau und ich uns gedacht, lasst uns doch einfach versuchen, jede Woche ein Video zu machen. Und das machen wir... Nicht... Nö, das machen wir nicht. Also... Okay, haut rein, wa? Wir starten deswegen ein neues Format und dafür brauchen wir... Fragen über uns in den Kommentaren. Ich verlasse die einfach hier unten. Aber bitte keine Hair-Tutorial anfragen. Die Haare sind einfach so, oder? Wir wachen auf und dann... Sieht das so aus. Also, stay tuned, people. Es kommt auf jeden Fall noch was auf euch zu und... Dann, äh... Gehen wir mal zum Strand, ne? Yes! Bis dann!